Hey Kinder, was geht denn bei euch ab? Willkommen zum Informationsvideo. Saftige Nippel. Mhm. Ja, somit habe ich Bezug auf den Titel genommen, aber es geht bunt weiter. Äh, Kunderbunt. Vorsicht. Ich habe nämlich gute Laune. Das ist ja auch der erste Punkt auf meiner Liste, werde ich direkt abhaken. Zack, das war es soweit, bis zum nächsten Mal. Ne, Quatsch. Am 25.11. werden wir gemeinsam zocken, das ist ja übernächster Dienstag. Da ist wieder ein Community-Abend. Und, äh, also Community-Zocken, und ich nehme es auf. Von 19, von 19 bis 20 Uhr. Ich habe ja angekündigt, dass es zum, ähm, 1000-Abo-Special einen zweiten Teil gibt. Ich habe da zwei Lieder vorbereitet. Ein Lied ist, ähm, ein Lied ist ein bisschen hart. Bring Me The Horizon, das sage ich einfach mal hier als, äh, als kleiner, ja. Das ist ein Cover. Und das andere gefällt sicherlich vielen, denn es ist für die breite Maße wohl geeignet. H-Hippelty Hop. Crow. Ähm, da habe ich, also Freistil, gefreestylt. Das ist, äh, Freestyle. Bei dem Crow-Ding mache ich mir ein bisschen Sorgen, wegen ID-Treffer. Das möchte ich möglicherweise, wenn es nicht auf YouTube bleibt. Ich mache das zu jedem der Musik-Dinger, mache ich kein Video. Ähm, deswegen ist es nicht so tragisch. Wenn es einen ID-Treffer gibt, lösche ich es und lade es auf Ding hoch. Auf, äh, Sound, auf meinen Soundcloud-Account und auf Facebook. Dummschwätzer kommt auch wieder. Ich habe jetzt, äh, wenig Zeit gehabt und konnte deshalb nur Fallout bringen. Aber, äh, Dummschwätzer kommt. Wieder. Ihr müsst keine Sorgen haben. Mhm, 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 mhm. Okay. Kaiser Mario. Ich bin schon am Rumprobieren. Ich, äh, musste mir da nochmal, äh, ich musste nochmal gucken, dass ich genauer zu dem Level wiederkomme. Ich musste das Level ja von vorne anfangen, weil ich es hart verkackt habe. Aber Kaiser Mario bin ich, äh, schon dabei am gucken, dass es läuft. Sü- äh, saftige Nippel. Was habe ich gesagt? Saftige Nippel oder süße Nippel im Titel? Ich mache süße Nippel. Das ist cooler. Es ist ganz wichtig, auch noch, ähm, ähm, bei, äh, hinzugefügt zum Community-Abend. Bitte, wenn ihr mitmacht, schreibt hier unten in die Kommentare rein, dass ihr mitmacht. Dann, nur wenn ihr hier unten in den Kommentaren steht, in diesem Video, schreibe ich euch auch in die Beschreibung rein des Videos. Und wenn ihr auch was aufgenommen habt, dann schreibt es bitte in die Kommentare mit Link, beziehungsweise mit, äh, mit der Raute davor. Da kann man doch irgendwie direkt da drauf verbinden lassen. Keine Ahnung. Macht es. Macht es bitte so, dass man da auch alles findet. Ich habe endlich wieder etwas mehr Zeit. Zeit für wunderschöne Dinge. Aber dennoch, nichtsdestotrotz muss ich hart ranklotzen, weil ich so viel vernachlässigt habe. Und es gibt Sachen, die darf man, sollte man nicht vernachlässigen. So, der Zettel ist... Warum sieht man das denn nicht? Also, schaut euch mal mein Lager an. Moment. Ich weiß nicht, wie bei euch das ist. Mein Arbeitszimmer, also mein Zock- und Arbeitszimmer ist eben hier. Und, ähm, da hinten ist so eine Schlafcouch. Und ich habe manchmal einfach nicht Bock, ich habe nicht den Alarm. Wenn ich dann hier voll lang gewerkelt habe oder voll lang gezockt habe oder was weiß ich, habe ich keinen Bock rüber ins Schlafzimmer zu gehen. Vor allem, wenn ich allein bin, wenn das Mädchen nicht da ist. Und, äh, dann schlafe ich auf der Couch manchmal. So geil. So geil. Voll das Lager. Guckt euch an. Ja, ist echt cool. Muss ja auch mal sein. Mein Mikro voll brennt. Oh, voll reingeschrien. Sorry, Leute, eure Ohren sind jetzt kaputt. Ha. Informationsvideos sind immer so trocken. Man muss hier etwas witzig, etwas lustig. Habt ihr das gesehen? I'm so amazing. Wow. Will bleiben? Fuck, man, ist das schwer. Was? Hunde können das doch auch. Ich bin wohl kein Hund. Das waren die Informationen. Ich habe irgendwas vergessen. Jetzt habe ich einen Zettel weggeschmissen. Moment. Ah, haha, ich weiß, was ich vergessen habe. Wenn wir am 25.11. zocken, zocken wir Battlefield 3. Denn viele haben letztes Mal gesagt, dass sie keinen Battlefield 4 haben. Oder dass es nicht läuft, bla bla bla. Battlefield 3 wird gespielt. Wer sich dann beeilt, der ist dann im Squad. Und wer zu langsam ist, der ist vielleicht auch im Squad, wenn er Glück hat. Und wer nicht im Squad ist, der ist dann woanders. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.